Guten Tag, willkommen zurück. Wir flöten hier bei ADAC, die Simulation. Wir sind beim Monatsende vom Januar und es geht jetzt weiter, hier bei ADAC. Einsätze haben wir jetzt noch keinen freigeschaltet. Wir gehen jetzt in die Verwaltung. Ne, wir gehen nicht in die Verwaltung. Wir gehen in die Kontrolle. Östliche Region und machen den nächsten Monat Februar. Ein Fahrzeug haben wir zugewiesen. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr beeilen wie in der letzten Folge. Da haben wir nämlich zu lange gebraucht. Das könnt ihr euch ja angucken in der Playlist von der ersten Folge. Da habe ich ein bisschen rumgetrödelt. Das hat zu lange gedauert alles. Daher wird jetzt hier ein bisschen mehr Gas gegeben. So, jetzt schnell zum nächsten Mal, also damit wir alle relativ pünktlich hinkriegen. 22 Tage noch. So, der ist fertig. Gut gemacht. Dann zum nächsten. Oh, wir müssen auch gleich wieder tanken. Und das habe ich nämlich auch rausgefunden, dass diese Anzeige über dem Auto die Tankanzeige ist. Glaube ich jetzt mal bis wahrscheinlich. So, hier können wir über den Stützpunkt fahren. Nein, der soll es tanken, Junge. Ah, das hat wieder zu lange gedauert. Es ist ein Schnelligkeitsspiel, das kann man schon so sagen. Weil man muss ziemlich schnell hintereinander hier die Leute absolvieren und schnell klicken und taktisch handeln und sowas. Das ist schon ein Taktikspiel. Ah, ist schon der nächste Anruf. Komm, gib Gas. 14 Tage noch. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen spurteln. Na, der ist nicht ganz so weit weg. So, 10 Tage noch. Hier oben kann man Mitglieder gucken und das derzeitige Budget, Monat, aktive Einsätze, verfügbare Einheiten, aktuelles Wetter und Monat. Monat beenden kann man hier auch machen. So, jetzt fahren wir mal bei der Tankstelle vorbei. Und dann schnell hier hin. 5 Tage noch. Das wäre gut, wenn wir alle Einsätze hinkriegen. Mal gucken, ob wir dann ein zweites Fahrzeug hier hinzufügen können. Das wäre schon ganz gut. Zwei Tage. Komm, beeil dich. Die kriegen wir noch hin. Einen Tag. Komm, die kriegst du noch hin. Ah. Super, Monatsende. Fahrzeug reagiert 8, rechtzeitig reagiert 3, zu spät 0, nicht reagiert 0, Mitglieder 400, Budget, Entwicklung 2, keine neue Bezucke und neue Einsätze sind verfügbar. Ausgezeichnet 3 Sterne. So, Einsätze. Antriebsprobleme. Zufällige Einsätze nach Abschluss aller normalen Einsätze. Ein Kunde hat angerufen und beklagt, dass sein Wagen nicht anspringend erwartet. Auf einem Parkplatz in der Stadt morgens bewölkt. Belohnung 450, Belohnung 450, Ballungsgebiet. Mal gucken. Ah, hier sind wir mitten in der Stadt. Und wir sprechen jetzt erstmal mit der. Oder ist das ein der? Der? Ne. Ich muss auf der Rückbank ein Licht angelassen, weil das Auto nicht anspringend. Entschuldigung. Noch mehr Infos? Oh Mann. Wäre ich bloß auf die Bezahl blieben. Sag ich mal nix zu. Ich müsste eigentlich schon auf der Arbeit sein. Sie sind sowas häufiger. Fahrzeug untersuchen ist mir jetzt zu blöd. Wir gucken mal. Wenn er Licht angelassen hat, ist Batterie bestimmt leer. Würde ich jetzt mal tippen. Ja. Tja. Das war's schon. Okay. Kann man nix machen. Das war's. Klappe zu. Abschließen. Du hast das Problem des Kunden behoben. Durchgeführte Aktion 1. Optimale Aktionszahl 1. Mit dir schafft 450. Budget 2. Ausgezeichnet 3 Sterne. Super. Weiter. Und. Äh. Verwaltung. Doch. Können wir was machen. Ausbildungszentrum. Können wir hinzufügen. Kann man denn hier machen. Lehrgängen. Ausbildungszentrum kannst du dem gesamten ADAC-Personal im Dienst neue Fertigkeiten beibringen. Sodass sie im Einsatz effektiver sind. Es gibt hier grundlegend und fortgeschrittene Lehrgänge zu verschiedenen Themen. Verkehrssicherheitstraining brauchen wir nicht. Bewegen sich schneller auf der Karte. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben acht Dinger. Kaufen wir mal das erste hier. Das ist ganz gut. Fuhrpark. Wir haben zwei Stück. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Und gehen in die Kontrolle. 16% im März. Geht's weiter. Aber wir können immer noch nicht das zweite Fahrzeug einsetzen. Das ist ein bisschen blöd. Gut gemacht. Was ist hier der Notfall? Kann man jetzt nicht mehr lesen. So. Da ist der nächste. Gut gemacht. Gut gemacht. Und da ist der nächste Einsatz. Ja wir sind da scheiße. Wir waren noch nicht fällig. Jetzt aber. Nur es läuft jetzt schon mal ganz gut. Gut gemacht. Aber man merkt schon, er bewegt sich ein bisschen schneller. Klappt aktuell ja auch ziemlich gut hier. Das Wetter ist ein bisschen bewirkt aktuell. 1283 Mitglieder haben wir. Mal gucken wann wir hier einen weiteren Bezirk freischalten. Weil hier sind ja noch ein paar. Aktuell haben wir hier nur Osten. Bezirk 1. Geht auch ein Fluss lang. Hier sieht man da ist so ein bisschen Wasser. Geht anscheinend ein. Ein Fluss. Da müssen wir mal zur Zentrale auftanken. Und da ist ein weiterer Einsatz. Und da ist ganz oben in der Ecke. Aber wir haben hier unseren Flitzer. Das geht ab. Wie Schmitz Katze. Und zack sind wir schon da. Sieben Tage noch. So da unten ist der nächste Einsatz. Der ist noch nicht ganz fertig. Jetzt müssen wir mal ganz runter. Das ist natürlich blöd. Ja man ey. Schon wieder ganz da oben. Jetzt wird es ein bisschen stressig. Komm gib Gas. Und ganz hoch. Das wird knapp Freunde. Jetzt haben wir auch fast kein Sprit mehr. Das kommt noch dazu. Mann oh Mann oh Mann. Jetzt gibt es hier. Scheiße. Den konnte ich nicht mehr machen. Naja. Monat. März. Östliche Region. Frühzeit reagiert 10. Rechtzeitig reagiert 1. 1 zu spät 0. Nicht reagiert 1. Mitgliederentwicklung 400. Budgetentwicklung 1. Ostenbezirk 2 freigeschaltet. Keine neuen Freischaltungen. Naja. Immerhin haben wir jetzt einen neuen Bezirk. Das ist schon mal ganz cool. Einsätze haben wir keine. Ab 2000 Mitgliedern. Und wir gehen wieder in die östliche Region im März. Im April. Und jetzt können wir hier glaube ich auch eins von eins. Dann können wir da noch das andere Fahrzeug einweisen. Oh. Jetzt geht es schon ab hier. So. Okay. Den verwenden wir dann für die Seite und den für die Seite. Und wenn Stress kommt können wir dann auch wechseln glaube ich. Weil die können ja die anderen Gebiete auch anfahren. Na das macht der. Sonst bräuchte der von da hinten zu lange. Ja. So. Und der fährt jetzt dahin. Nein. Nicht beeilen. Nein. Leute. Der Kunde kommt nicht mehr in sein Auto. Wenn er zu doof ist. Scheiße. Jetzt sind wir gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Jetzt ist der da oben auch noch nicht fertig. Aha. Jetzt läuft es gerade ein bisschen aus dem Ruder. Scheiße. 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 Jetzt ist der oben schon verspätet. Jetzt ist der oben schon verspätet. Kacke. 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 Komm. Gib Gas hier. Dahin jetzt. Zackig. Komm. Kacke. Du machst jetzt erstmal den. Nein. Du sollst doch fertig machen. Scheiße. 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 Der fällt jetzt dahin als nächstes. Verspätet. Ja. Der ist alles verspätet hier. Ich habe zu wenig Autos. Ey. Was ist das für eine Kacke? Ich brauche viel mehr Autos. Na komm. Beeil dich. Dann kommst du. Jetzt ist da schon der nächste. Machen wir den. Dahin. Kacke. 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 Ich habe viel zu wenig Autos. Was ist denn das für eine Kacke? Warum kann ich nicht einfach mehr Autos da hinzufügen? Was ist denn das für eine Kacke? Scheiße. Der muss unbedingt tanken. Der muss unbedingt tanken. Nein. Du sollst das fertig machen. Wo kann ich den jetzt nicht auswählen? Nein. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Was ist denn das? So. Der fährt jetzt als nächstes da hin. Alles schon verspätet. Kacke, 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 Kacke. Fünf Einsätze noch offen. Also hier klappt aktuell nix, ey. Das ist echt ein Scheiß hoch zehn. Jetzt hoffe ich, dass das nur noch die sind. Scheiße. Monatsende. April. Rechtszeit reagiert sechs. Rechtseitig. Frühzeit reagiert sechs. Rechtseitig reagiert acht. Zuschbett reagiert vier. Nichts reagiert drei. Mit DJR 243. Budgetentwicklung eins. Keine neuen Bezirke. Keine neuen Freischaltungen. Gute Arbeit. Naja. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. 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 Untertitelung des ZDF, 2020